In der aktuellen mexikanischen Bierkrise ist es ja nicht so einfach für Musiker Geld zu verdienen. Umso wichtiger, dass man eventuell Downloads seiner Musik oder Videos verkaufen kann. Wie das funktioniert, erfahrt ihr gleich. Los geht's! Musetalk wird präsentiert von KS Digital. KS Digital baut seit über 20 Jahren Referenzmonitore Made in Germany. Und so ist die C-Line in vielen Studios die kompakte Abhörreferenz. Herzlich Willkommen zu Musetalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Non-Erik. Du bist auf meinem Kanal Musetalk gelandet. Und heute talk ich mit meinen Gästen über das Thema digitale Musikvertriebe und vielleicht auch digitale Verkäufe von Videos. Und dazu habe ich mir eine kompetente Runde eingeladen. Und mit dabei ist heute der Thorsten aus Rudow. Hallo Thorsten. Hallo liebes Internet. Hallo Mika. Hallo Non-Erik. Hallo Musetalk. Hi. Du spielst unser... Lange nicht da. Ja, warst du viel zu lange nicht, würde ich sagen, oder? Ja, also täglich wäre ja im Prinzip das eigentliche Ziel. Okay, täglich. Na gut. Lieber nicht täglich und dafür nicht kläglich. Und lassen wir ihn doch auch rein heute, den Mika, die Elephant. Hallo Mika. Moin moin. Töö, töö. Töö, töö. Warum sind wir denn heute so jutruf? Weil alles reibungslos geklappt hat in der Vorbereitung. Wie immer sozusagen, genau. Und es ist natürlich bei uns, wie auch bei anderen Sendern natürlich immer YouTube oder jemand anders schuld. Nie wir. Aber ihr müsst euch damit nicht rumquälen. Wir haben es jetzt am Start und jetzt kommen wir doch endlich mal zum Thema. Ja, so. Ihr beiden seid ja begabte Musiker, müsst auch ab und an mal ein paar Mark verdienen. Aktuell sieht es ja wegen dieser Bierkrise da, mexikanische Bierkrise so aus, dass es ja mit Live-Auftritten ein bisschen schwierig geworden ist. Dementsprechend muss man sich was einfallen lassen. Das hast du ja, Thorsten, gemacht. Du hast zum Beispiel Live-Konzerte aufgenommen und verkauft. Und das ist ja sicherlich für einen Musiker, neben den einzelnen Tracks zu verkaufen, vielleicht auch eine Alternative. Wie hat das bei dir funktioniert und was hast du eigentlich da gemacht? Wir haben in der ersten Woche, also erste direkte, also es war ja kein Lockdown, aber halt die Empfehlung, zu Hause zu bleiben und mit diesen Kontaktbegrenzungen, halt überlegt, wie könnte man, weil auch sehr viele Konzerte abgesagt wurden. Ich meine, das fing halt an mit, ich glaube, Japan, unsere erste Tour, die abgesagt worden ist. Und jetzt ist im Prinzip ja auch klar, dass das ganze Jahr bei uns erstmal nichts passieren wird in den herkömmlichen Ideen, wie die Tour passieren sollte. Also auch, ach, sehr schön. Und da haben wir uns halt zusammen mit einem Filmemacher, der Andreas Bernhard von BB-Film, mit dem ich schon seit 2006 DPDs mache und auch, der macht Dokumentarfilme, zum Beispiel auch dieses Letters von Livia, wo ich einen Soundtrack gemacht habe. Und hatten über einen guten Kontakt einen ziemlich guten Deal bekommen, die Uferfabrik für eine gute Woche zu mieten. Mein Problem ist, dass ich ja recht lange für einen Auf- und Abbau brauche. Und die Idee war dann, mehrere Sessions an einem Tag, also Sessions nenne ich halt diese Echtzeitkomposition, wo am Anfang man sich auf Tempo und Geschwindigkeit und einem Sync irgendwie einigt und verschiedene Sessions am Tag aufnehmen und die Montag und Donnerstags in den Folgewochen dann zu streamen. Wir haben das erst einmal, also der erste Stream ist umsonst, der war meist um 21 Uhr. Dann, je nachdem, wer der Session-Gast war, das war immer ein einzelner Gast. Ich erzähle gleich was über die zweite Staffel. Da gibt es nämlich dadurch, dass auch die Kontaktbeschränkungen aufgehoben wurden, also oder gelockert wurden, die Möglichkeit, mit mehreren Leuten Musik zu machen. Je nachdem, wo der Gast im Prinzip seine Anhängerschaft vorzüglich oder vornehmlich hat, haben wir zum Teil auch um 4 Uhr morgens bei uns noch einen zweiten Stream gemacht, damit es dann um 19 Uhr in Los Angeles, 22 Uhr in New York, oder bei den japanischen Gästen wie Hoshiko und Satoshi haben wir das dann auch so gesetzt, dass das auch abends in Japan und die traurige Wahrheit ist, dass man dort um 23 Uhr streamt, weil die Leute vorher arbeiten sind. Das ist wirklich absurd, wenn man auf 23 Uhr in Japan ging. Danach haben wir das Video als Demand-Video, also das Leih-Video angeboten bei Vimeo und das Kauf-Video, das Download in natürlich besserer Qualität als der Stream und das Audio gesondert bei Bandcamp. Okay. Genau, ich hatte halt Gäste, wir sehen die ganze Zeit das mit dem lieben Christopher von Dylen, das Schiller, ich hatte auch Markus Reuter von Stickman und Crimson Project und Hoshiko, Yamane, Tendrin Dream, Paul Frick hatte ich. Benjamin Schweden hat mega abgeliefert. Also das war unfassbar. Ich habe darüber bisher nicht gesprochen, aber seine Kernkompetenz ist ja offensichtlich, also er kann unfassbar gut Gitarre spielen. Auf der anderen Seite ist er beruflich ja sehr nah an der Findung von griffigen Melodien. Dadurch, dass er für viele Leute und auch sehr poppige und doch manchmal ein bisschen in der Mitte der Straße eckt, die Melodien schreibt, was jetzt wirklich rein wertfrei gemeint ist. Es gab wenig Sessions, wo ich am Tag danach Melodien des Sessiongastes summte. Und das war der gute Benjamin. Also das war mega abgeliefert. Zweite Staffel kommt jetzt, also jetzt ist gut, wir warten auf die Herbstferien, also ich meine auf die Sommerferien und beim letzten Mal war es das große Problem, dass wir mit zwei Streams die Woche, Montag bis Donnerstag, hatte ich das Gefühl, häufig hinterher zu rennen. Ich hatte halt Montag bis Donnerstag Zeit, das heißt drei Wochen inklusive, aber auch das Rendering von Audio, Video und das Zusammenbringen der beiden Geschichten, das sind drei Tage recht wenig und ich nehme ja trotzdem mal 64 Spuren auf und versuche das ein bisschen zu editieren. Jetzt mit mehr Vorlauf, die zweite Staffel ist abgedreht, wir hatten das Lido. Das habe ich eigentlich bisher noch gar nicht angekündigt. Wir hatten sehr lange das Lido, haben sehr viele Gäste gehabt, lustige Konstellationen, neue Konstellationen und schauen mal, wie das läuft. Es wird ab der ersten Oktoberwoche passieren, vorher machen wir noch vielleicht eine Art Interview und vielleicht, es gab auf Radio Hannover auch ein Special, dass die Leute sich wie auf Montag wieder und Donnerstag eingrooven und genau, jetzt den Bogen zum eigentlichen Thema. Da würde ich doch... Der Verkauf lief... Ja? Ja, da hätte ich jetzt, da wäre ich jetzt rüber geswitcht, ne? So hier rüber, da. Aha, und hätte dann gesagt, okay, ist ja schön und gut, wenn man Musik aufgenommen hat, aber die muss man ja auch verkloppen. Mika, du hast dich ja ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Da gibt es viele, viele Anbieter und viele verschiedene Modelle. Kannst du mal ganz grob erklären, was es da für verschiedene Varianten gibt, die Musik ins Netz zu bringen? Naja, so der grundsätzliche Unterschied ist zwischen einmal bezahlen oder ein Teil der Tantieben abtreten. Beziehungsweise, wir müssen eigentlich nochmal sagen, sozusagen, worüber reden wir eigentlich? Wir reden über Labelservices, sogenannte, sprich Dienstleister, die einem den Job des Labels übernehmen, aber nicht sozusagen einen unter Vertrag nehmen, weil sie an einen glauben, sondern, weil man die dafür bezahlt. Okay, aber da reden wir doch vielleicht von verschiedenen Geschichten. Also erstmal gibt es ja die Möglichkeit, und die hat Thorsten ja jetzt schon genutzt, selber direkt Sachen einzustellen. Das geht bei Vimeo ohne Probleme, da braucht man nur einen Account anlegen. Man kann auch bei Amazon Prime seine Videos selber einstellen als Rechteinhaber und direkt kassieren. Wenn man das versucht bei iTunes oder bei anderen Digitalvertriebenen, dann kriegt man Probleme, die sagen, ich habe mir gesagt, nee, Alter, du mit deinem scheiß Lunatik direkt da, geh heim. Irgendwie such dir jemanden, der ein bisschen größer ist als du, such einen sogenannten Aggregator. Also es gibt die Möglichkeit, das selber einzustellen, einen eigenen Downloadshop zu machen, seine Sachen selber zu verkaufen. Wenn man in die Großen hinein will, braucht man einen Aggregator. Und dann gibt es noch die, was Mika auch erwähnt, eben so Dienstleister. Da kenne ich auch zum Beispiel die Firma Dictis, die machen alles. Die pressen deine Schallplatten, die machen ein bisschen Werbung für dich. Ist so ein Zwischending zwischen dem richtigen Label und einem Eigenvertrieb. Habe ich das alles richtig gemacht? Ja, das ist auch gut, dass du das nochmal so sagst, weil Vimeo beispielsweise und auch Bandcamp würde ich als Sonderfälle da nochmal rausnehmen. Weil man da halt wirklich nochmal direkt sozusagen verkaufen kann. Und die beide relativ speziell eigentlich an so eine Liebhaberkundschaft richtet sind. Okay. Aber genau. Gut, ich habe hier mal, dann wollte ich auch mal den Thorsten nochmal fragen. Hast du das bewusst gemacht, dass du gesagt hast, ich will die Rechte selber behalten? Da werden wir nämlich auch gleich nochmal drauf kommen. Denn ich habe selber einen Vertrag mal gemacht mit einem Digitalvertrieb. Und am Ende des Tages, nachdem ich den durchgelesen habe, habe ich festgestellt, ich trete meine Rechte eigentlich ab. Es ist tatsächlich eine Lizenzierung. Es ist eigentlich gar keine reine Vertriebsleistung oder eine reine Einstellleistung. Nein, man muss dann eine Lizenz erteilen. Und wenn man die einmal erteilt hat, die Frage ist, kriege ich die auch wieder? Ja, ich fürchte, ich kann das nicht richtig beantworten, weil ich bin bei Belief, Digital Belief oder Belief Media, wie heißt das? Belief Digital. Belief Digital, genau. Allerdings mit irgendwie acht, neun Treffen mit einem Außendienstler und danach Anpassung aller Verträge. Das heißt, ich mache jetzt nicht einfach den Standardvertrag von der Homepage, sondern habe wirklich, das war eine Verhandlung im Vertrag und da habe ich zum Beispiel auch einen Teil, non-exclusive Part drin, der bestimmte Plattformen einbezieht, zum Beispiel auch eine eigene Homepage und so weiter, was ja alles schon relevant ist. Das funktioniert ganz gut. Belief sind soweit in Ordnung. Ja, das benutze ich halt für meine Solo-Sachen und Picture-Place-Music, wenn es darum geht, geregelte Vertriebe oder Releases, die aber auch auf lange Zeit geplant sind, so zu releasen. Okay. Mit Tangent Dream sind wir bei Ingroves. Da bin ich der Meinung, dass man sich nicht einfach anmelden kann, sondern dass es wirklich eine Art Digital-Label ist, die aber auch mit Artus-Repertoire-Managern arbeiten. Okay, also das ist dann schon wieder so ein Zwischending, ne? Zwischen Label, Oldschool-Label und reiner Vertrieb. Und die Behind-Closed-Doors-Serie, da ging es natürlich auch darum, schnell zu agieren. Das ist momentan wahrscheinlich sehr wichtig, weil man muss gerade, dass sich Regeln und auch Zukunftspläne sehr häufig ändern. Heißt natürlich beim Stream, wenn ich kurz nach dem Stream einen Release sofort anbieten möchte, ich hatte das in den letzten fünf Minuten des Umsonst-Streams dann freigeschaltet, um dann in die Chat-Funktion bei Facebook und YouTube deinen Link zu posten. Das geht, soweit ich weiß, mit den meisten nicht. Du setzt halt ein Liebes rein, der wird überprüft. Das dauert zwischen zwei und vier Wochen, vielleicht durch eine und vier Wochen. Weil da muss viel generiert werden. Dann, die Weiterverkäufer, ich glaube bei Belief Digital sind das zwischen 30 und 35, 36. Da sind auch Sachen dabei, die ich vorher nicht kannte. Also jetzt Juno ist klar, dieser iTunes, Amazon, Google Music, was absurd. Ich habe mir bisher nur ein Album bei Google Music gekauft. Das war einfach, das war das eine Radiohead-Album, das verschwand auf den anderen Plattformen und war dort nur auch möglich. Natürlich, anscheinend kaufen aber deutlich mehr Leute, als ich es annahme, auch bei Google. Und da gibt es auch diese ganzen anderen halt. Okay, aber dann haben wir doch schon... Ich glaube, Music Korea oder so. Aber das dauert halt in der Auslieferung oder Einpflegung der Systeme. Das heißt, wenn du spontan morgen, und da kommen wir vielleicht noch drauf, ist halt die Frage, wann das ausgestrahlt wird. Aber am 7.8. ist zum Beispiel bei Bandcamp auch nochmal dieser Prozentfreie Tag. Darauf kommen wir später. Du könntest nicht jetzt entscheiden, am nächsten Freitag ein normales Release bei Spotify, iTunes, Amazon und aller weiteren, die ich jetzt vergessen habe, über einen gängigen Digitalvertrieb, der so funktioniert wie alle anderen, zu releasen. Das geht meiner Meinung nach nur über Bandcamp. Du kannst von einem auf den nächsten Moment Release einfach starten. Du musst dich auch nicht um Gamer zu kümmern. Das ist auch ein Punkt. Das ist bei Amazon Prime auch so, dass du da so ein paar Stunden dauert hast, bis du dann ein Update bekommst von dem neuen Cover oder den Beschreibungen oder auch den Preis selber ändern zu können. Das ist jetzt, Mika, dann ist es ja im Prinzip so, da gibt es ja verschiedene Levels, mit denen man sich da quasi, mit denen man da zu tun hat. Das einfachste Level ist, ich stelle das einfach bei mir selber auf der eigenen Webseite, mit einem PayPal-Shop online. Oder ich suche mir einen Dienstleister wie Vimeo, wo ich das auch alles selber machen kann, oder Amazon. Kann ich denn bei Spotify zum Beispiel auch bei Songs selber einstellen, weißt du das? Ich habe da heute nochmal nachgeguckt, weil angekündigt hatten sie es auf jeden Fall. Genau, da haben wir nämlich auch schon im Stammtisch drüber gesprochen. Genau, und man kann, wenn ich das richtig verstehe, über die eigene Artist-Page schon auch Sachen hochladen. Aber inwiefern die monetarisiert sind, sind zumindest nach außen nicht wirklich sichtbar. Genau, das ist nicht ganz klar, wie das eigentlich die Situation bei Spotify ist. Aber Spotify geht ja sowieso, sagen wir mal, relativ eigene Wege. Das ist sowieso die Frage, ob das Sinn macht. Auch wenn ich da kurz reinrätigen kann, die Profile unterscheiden sich auch untereinander. Also ich habe von der großen Ordnung durch Picture Palace, Miner und Tendron Dream schon halt Einsicht und ich sehe, dass die Unterschiede existieren. Im Sinne von, welche Features ihr habt, oder? Ja, genau, richtig. Auch dieses Einbetten von Canvas und so, hatte ich jetzt bei mir versucht, ging nicht, bei TDG. Ja, ja, also da werden auch ab irgendeiner Größenordnung, glaube ich, Sachen freigeschaltet. Ah, okay. Gut. Also dann erst mal, Mika, eine generelle Entscheidung, was ich überhaupt will. Also ich bin ja so ein, ich sage mal, so ein kleiner Paranoiker. Ich gebe ungern Rechte weg. Vor allem muss ich auch immer überlegen, habe ich Tracks gemacht mit Leuten, deren Rechte ich zwar erworben habe, aber vielleicht vor 20 Jahren? Möchte die jetzt irgendwo einstellen? Dann müssen die ja auch ihre Rechte auf diesen Vertriebspartner übertragen oder mir komplett auch für diesen Vertriebsweg übertragen. Das ist alles gar nicht so einfach. Welcher von den digitalen Vertrieben, ich habe eingefunden, da kostet das nur 20 Euro für das ganze Jahr und keine Umsatzbeteiligung. Welcher von diesen Vertrieben ist denn deiner Meinung nach? Ich will hier die Liste gucken. Ah, ich habe auch eine Liste. Ich habe die Liste. Welche hast du? Hast du die auch? Warte mal. Nee, die habe ich nicht. Nee, ich habe mir selber eine zusammengestellt, weil ich bei allen direkt selber, ich dachte, ich mache das tagesaktuell. Sehr gut, sehr gut. Weil sich das auch ständig ändert. Ich gucke da heute nochmal nach. Also von denen, die ich gesehen habe, finde ich im Moment auf ganz eigene Art und Weise Rekordjet am besten. Weil die scheinbar aus meiner Perspektive relativ transparent damit sind, was eigentlich passiert. Die klingen jetzt erstmal nicht nach dem besten Deal. Gibt es zwei Deals, ne? Gibt es den Rekordjet Basic, der kostet pro Stücken Kommission 10% und da muss man Gebühr EP 29 Euro, Gebühr Single 19 und so weiter. Und beim Premium zahle ich dann nur noch Jahresgebühren. Aber da kann man doch wahrscheinlich, wenn man einen Taschenrechner hat, relativ schnell ausrechnen und mitbekommen, dass je erfolgreicher ich bin, desto beschissener sind die Kommissionsdeals und die One-off-Deals sind dann besser. Aber es ist natürlich auch so, wenn ich wenig verkaufe und habe diesen Beteiligungsdeal hier nur, ja, schwierig. Was hast du dir dann dazu überlegt? Achso, warum ich die interessant finde oder im Sinne, ob ich auf Kommission oder... Genau, wie kommst du zu der wirtschaftlichen Entscheidung zu sagen, das ein oder andere Modell, wir haben ja im Prinzip zwei Modelle immer, Beteiligung und Grundgebühr oder eben eine fette Grundgebühr oder fürs Einstellen einmal eine Pauschale, also so eine Handling-Fee oder eine Kommission. Das ist ja das Ding. Und dazwischen gibt es dann verschiedene Abstufungen. Also ich, für mich selber kann ich es relativ einfach beantworten, weil ich habe keine großen Marketing-Budgets. Das, was ich mache, das wird auch nicht unbedingt, also will ich mir jetzt zumindest nicht ein, dass das jetzt groß hunderttausende Leute ziehen wird, zumindest jetzt am Anfang. Und wer weiß, ob ever, er wahrscheinlich nicht. Insofern ist für mich im Moment erstmal interessant, nur einmalig zu zahlen und dafür dann halt letztendlich einen Teil der Fees abzutreten. Das muss natürlich alles im Rahmen bleiben, aber zumindest sozusagen mit einem überschaubaren Preis erstmal keine laufenden Kosten zu haben. Weil, was ich jetzt auch vorhabe, ist schon alles als einzelne Singles zu veröffentlichen. Ich will keine Album-Veröffentlichung machen. Was bedeutet, wenn ich jährliche Kosten zum Beispiel habe, das gibt es ja auch noch, und dann ich für 10 Euro pro Jahr oder so jede Single oben halten muss, und ich aber zehn Singles habe, dann habe ich ja schon jährliche laufende Kosten von 100 Euro. Ja, genau. Also da muss man sich das überlegen. Und wenn ich da sowieso jetzt mehr und mehr reinhauen will, dann hat das halt auch alles zu. Also insofern sozusagen einmal bezahlen und dann nie wieder darüber nachdenken müssen, im Sinne von, welche Kosten kommen auf mich zu, ist im Moment am interessantesten. Aber ich muss auch noch mal irgendwie gucken, das hatte ich jetzt so ohneweil das nicht gefunden. Es könnte ja auch durchaus sein, dass zu einem späteren Zeitpunkt genau das umgekehrte Modell, wie du meintest, interessant für mich. Genau, ja, ja, ja. Dass man nur jährliche... Lieber eine fette Gebühr und dafür keine Kommission, weil ich ja 20 Millionen Tonträger verkaufe. Hurra. Streams, Downloads. Das könnte ja der Fall sein. Oder es könnte ja auch der Fall sein, dass ich beispielsweise den Aggregator wechseln will. Ja. Und welche Kosten kommen eigentlich auf mich zu, wenn ich aus der ganzen Nummer hier aussteigen will? Da kommen nämlich häufig auch noch mal Kosten auf einen zu. Die sind aber in den ganzen Pricing-Seiten erst mal nicht, so ohneweil es aufgeführt. Und habe ich jetzt auch keine genauen Daten finden können. Das ist zum Beispiel eine der... Ich habe es von anderen... Ja. Von anderen habe ich da auf jeden Fall schon ein paar Sachen gehört. Wahrscheinlich muss ich alle Leute in meinem Umfeld noch mal fragen, in welche Fallen sie da getappt sind, um sie nicht machen zu müssen. Also ich kann ja schon mal ein paar Fallen identifizieren. Also die erste Falle ist, ich habe einen Song, der wird jetzt so erfolgreich, dass ich ihn lizenzieren möchte an eine Plattenfirma oder in irgendwohin... Einer will das haben, will es lizenzieren. Die Frage ist, wie kriege ich das jetzt wieder raus aus meinem Store? Und da hast du recht, Mika. Das habe ich auch hier bei Dictis nachverhandelt irgendwie. Da werden dann ganz schöne Gebühren, 50 Euro, 100 Euro fällig pro Song, den du pullen willst. Also viel dafür bezahlen, deinen Song wieder zu bekommen. Und dann ist ja auch mal noch die Frage mit den Abrechnungen. Ist es denn überhaupt schlau, ein amerikanisches, unbekanntes Unternehmen zu haben, wo ich überhaupt keine Möglichkeit habe, eine Buchprüfung zu machen? Das sind ja alles so Sachen... Da fragen wir doch einfach mal den Thorsten. Nee, erst mal du noch. Ja, nee, genau. Das bringt nämlich auch noch einen guten Punkt auf mit dem... Wo kommt das Unternehmen eigentlich her? CD Baby zum Beispiel, die waren ja einer der ersten und die sind ja auch immer noch sehr groß. Die sind aber relativ, die sind, sagen wir mal, eindeutig in der Sache, dass sie eigentlich Amis sind und dass der Rest sie nicht so wirklich interessiert. Okay, Gerichtsstand Kalifornien, hurra. Da weiß ich nicht, ob das wirklich so schlau ist, sich mit denen einzulassen. Also wenn es einen interessiert, auf den amerikanischen Markt zu kommen, dann ist es bestimmt total gut. Aber ansonsten... Na, ich hätte da Angst mit der Buchprüfung, die wird dann so teuer. Weißt du, dann musste ich auch schon mal bei einer Plattenfirma machen. Ich würde gleich nach der Werbung gerne mal den Thorsten fragen. Der ist ja nun mal, ne? Wahrscheinlich hier aktuell der erfolgreichste in der Runde mit seinen Streamen und seinen Verkäufen. Dann fragen wir ihn gleich mal nach der Werbung, wie er das denn so handhabt. Hofer Akustikmodule sind die Problemlöser, wenn es um perfekten Sound in Tonstudios geht. Tontechniker und Produzenten nutzen diese professionelle und preisgünstige Raumoptimierung mit kostenloser 3D-Planung. Basstraps, Diffusoren, Absorber und Akustikvorhänge von Hofer. Der Nummer 1 in Deutschland. Okay. Oh, ich dachte, das Bild steht. Kleiner Scherz, kleiner Scherz. So Thorsten, jetzt erzähl doch mal. Du hast ja jetzt ein paar Sachen gehört, Vorbehalte, wie ist das mit dem Gericht, wo kriege ich meine Kohle wirklich? Kann ich eine Buchprüfung machen in Kalifornien? Und wie sieht das eigentlich aus mit den Rechten und mit den Preismodellen? Erzähl mal, wie ihr das macht oder du das machst. Ich bin ja nur in einer Position der direkte Empfänger. Und das ist bei Thorsten Queschnigen, weil das ist auch mein eigenes Label, teilweise. Also der Cargo-Soundtracker zum Beispiel nicht. Und dieses Protonopia, da habe ich den Einblick, das funktioniert. Sonst ist es ja auch einfach die Arbeit der jeweiligen Plattenfirma. Bei Tendron Dream macht das einfach in dem Sinne halt, na gut, da möchte ich, welche Plattenfirma auch immer welches Album rausbrachte, muss ich halt darum kümmern. Was heißt, also bei den Sachen, wo ich beteiligt bin, sind es auch vielleicht vier, fünf verschiedene. Okay, sag doch einfach, du weißt nichts davon, wie das funktioniert. Nee, nee, doch, doch. Ich kriege die Abrechnung schon. Und bei Digital Belief, da kann man halt, habe ich gerade gesehen, in dieser Übersicht, ich glaube, ab 100 oder 200 Euro Guthaben sich das denn auszahlen lassen. Und in der Relation zu den Größen auch der Projekte, ich glaube, da habe ich, glaube ich, Glück und Unglück zugleich. Durch, wie gesagt, Picture Palace, meine Sachen und Tendron Dream, habe ich halt, ich habe Einblick, was eine Band mit 300 Streams, mit 10.000 Streams und mit 300.000 Streams im Monat. Okay. Und wenn man da so einfach Multiplikatoren nimmt, Ja, spannend, jetzt ist es spannend. Kommt das, ja, ja, kommt das schon etwa hin. Also was, also ich kann das halt nur von meinen Solo Sachen, ich weiß jetzt auch nicht, ob es wirklich Summen sind, wo es sich lohnen würde, jemanden zu betrügen. Ach doch, in der Summe, du, oh komm, wenn ich da so 50.000 von den Heinis habe, die ja ein Konto bei mir haben und ich ziehe jeden, jeden Monat irgendwie 10 Euro ab, ist es, oh komm. Ja, das, das wirkt, aber das wirkt. Ich sage nur, Wirecard, das geht alles. Machen wir einfach. Ja, das ist schon richtig. Ja, ja, natürlich macht ihr die Masse denn das Geld und ich habe keine Ahnung, wie viele Kunden die jeweiligen haben, aber also das, das wirkt alles schon so, dass ich jetzt keine, okay. Ja, also eine Buchprüfung, ab wie viel Prozent muss man selbst die Kosten tragen, unterschiedlich, aber es waren es nicht sogar. Fünf, ne? Fünf oder zehn Prozent. Fünf oder zehn Prozent, aber zehn Prozent ist auch eine ganze Menge und eine Buchprüfung auf der anderen Seite ist natürlich lächerlich teuer und das, also jetzt, dann holst du deine 40 Euro da rein. Aber trotzdem, der Rechtsstand ist schon wichtig, wenn du es da mal Stress hast oder so, auch wegen der anderen Sachen, jetzt nicht nur wegen der Abrechnung, kann es schon schlau sein, ein deutsches Unternehmen angreifen zu können, wo du, wie wir ja schon wissen, ja, ja, ja. und Stichwort der Unwiss, ne, der ich offensichtlich auch bin, ich habe mir jetzt bisher nicht viele Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn ich da raus möchte. Das ist schon gut. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Ich weiß halt schon, ob meine Seele, Seele dort auf dem Server gelandet ist. Nein. Du, das Einstellen kostet. dass mir so Geschichten gehört. Ja, ja. Also Einstellen kostet für mich halt gar nichts. und ich zahle keine Gebühren. Genau, du kriegst ja nie wieder. Ich mache, ich mache das, ich mache so ein Ding auf. Ich mache hier umsorgen, das volle Beteiligung. Du krieg für jeden Song, den ihr einstellt, noch einen Euro von mir. Und dann sammle ich alle, alle ein. Und dann, ja, wenn du die wiederholst, dann kostet 200.000 Euro pro Song. Also, wenn du jedem einen Euro gibst, machst du miese. Ja, ich weiß. Weil du kannst die meisten Sachen ja doch nicht verkaufen. Aber, das war jetzt böse. Nein, jetzt war wirklich was Nettes über Belief Audio sagen. Ich kann halt nur das beurteilen. Belief Digital sind wirklich extrem, wirklich problemlos. Da gibt es auch. Reagieren recht zügig. Und wenn es zum Beispiel in dieser Runde jemanden gab, der eine CD in Mono veröffentlichte, weil der Masterer, den er beauftragte, diesen Monokompatibilitätsmodus einschaltete im Pult und beim Rendering bin ich raus und vielleicht kam das Master hier zurück und ich habe zwar die Indexpunkte gesetzt, das aber nicht überprüft, hatte dann irgendwie mehrere tausend CDs mit einem verdammten Monomix hier und hatte auch schon alle Digitalplattformen damit bestückt über Digital Belief. War erstaunlich problemlos, das Audio zu ändern und zu bewechseln. Das war nach zwei, drei Tagen als Antrag und so. Das war schon ein großer Punkt. Ich hatte, also das, die haben wirklich sehr geholfen und nicht rumgezickt. Da kenne ich andere, waren übrigens auch mal bei mir in einer Sendung die netten Leute von Belief Digital. Könnt ihr anschauen, gibt es Vermarktungsstrategien und Digitalvertrieb für Musiker. Podcast ist vom 27.10.2016 und ist bestimmt auch heutzutage noch wert, da mal reinzuhören, wenn man sich wirklich für sowas interessiert. Dann kann man auch mal so die da sind. Aber noch eine Sache, als du sagst, dass auf eigenen Homepages die Sachen anbieten, das halte ich für ziemlich gefährlich, was die Auswertung betrifft. Du müsstest ja von jedem Download mit der GEMA einen Deal machen. Ich nicht, bin nicht bei der GEMA im Internet. Ich habe einen alten Vertrag von 1991 oder 90. Okay, da steht Internet nicht drin. Ja, ja. Da kenne ich ein paar. Ja klar, das ist super, klar. Und die schicken dir halt einmal im Jahr einen neuen Vertrag zu, den unterschreibst du nicht und somit gilt ja Alters. Genau, so ist das auch. Ich habe ganz oft den bekommen. Ja, ja, ja. Viele Varianten. Irgendwann haben sie aber aufgegeben. Irgendwann haben sie es aufgegeben. Ja, sie haben es aufgegeben. Ich habe doch den einen. Ja, ich weiß auch nicht, ob man sich wirklich ernsthaft den Stress machen will, einen eigenen rechtssicheren Webshop aus Deutschland mit internationalem Publikum anzutun. Und deswegen sind diese ganzen Datenschutzregeln, die können nämlich nur die Großen super erfüllen. Das ist ein Trick, ein Compliance-Trick nennt man das. Man schafft Regeln, die für die kleinen Anbieter leider viel zu teuer und viel zu aufwendig sind. Und damit können die leider nichts mehr verkaufen. Da müssen so Leute wie ich, der Mika und der Thorsten zu anderen gehen, zu den Großen, damit die auch was verdienen. Weil es ja heutzutage so gefährlich ist, im Internet was bei jemandem zu kaufen. Ja, aber zum Beispiel helfen dir ja auch. Ich bin auf der Seite der anderen jetzt mal. Also auch wenn es zum Beispiel deine Musik Ich bin neutral. Es ist ja in Ordnung. Aber zum Beispiel, wenn du sagst, du rechnest nicht damit, viele Klicks zu haben, einen Vertrieb hast, der versucht, dich in Playlists reinzubekommen machen. Da kann man absurde Klickzahlen auf einmal bekommen, wenn es in die richtige Playlist, in der richtigen Playlist landet. Und das, also da kann man die besten Ergebnisse eigentlich einfahren. Und das könnte man auch selbst, glaube ich, nicht machen, weil ich kann jetzt, wem soll ich, also ich wüsste nicht, wem ich eine E-Mail schreiben solle. Oder pack mich mal in die Ambien Techno Playlist auf die ersten 15 Plätze. Da würde ich dich gar nicht reinlassen. Mit den Haaren aus gutem Grund. Wobei das, glaube ich, ist auch noch mal so ein bisschen, behaupte ich jetzt mal, so ein Generationenunterschied. Weil in unserer Generation oder auch bei denen, die noch jünger sind als ich, ist halt Spotify so normal für die allermeisten. Und auch, dass Leute Playlists machen. Klar, nicht jede Playlist ist groß, erfolgreich und so. Weil wenn du zehn Leute kennst, die halt irgendwie kleine Playlists haben, die, wo ein paar hundert oder paar tausend Leute zuhören und da vielleicht davon ein oder zwei Playlists hast, wo auch eine andere Person, die Multiplikator ist, zuhört und so, dann sieht das auch noch mal ganz anders aus. Also ich glaube, man muss auch da nicht immer auf die großen Spatzen schielen sozusagen, sondern einfach sozusagen ganz viel so klein beifangen. Sehr schönes Wort, Beifang, sehr gut. Ja, aber dann, was mir auch hilft. Hast du noch eine Erfahrung? Entschuldigung. Ja, unbedingt. Die wollen wir doch hören. Schaut in die FAQs und in die Geschäftsbedingungen, wie viel, also wenn es für euch relevant ist, wie viele Leute man pro Album als Interpret eingeben darf. Absurderweise variiert das. Ach komm. Und wenn du auf einem, also bei Belief oder irgendwo, kriegst du das durchaus hin, zu viert als einzel getaggte Namen, die auch als Einzelartists auftauchen und nicht die vier Namen, die einen neuen Band nahmen, ohne Einzelhyperlink oder sowas, wie das heißt. darstellen. Das ist bei Kollaborationen sehr interessant. Ich sag mal, das traf mich vor kurzem, dass vier Leute dabei waren und der Verteiler das denn als Various Artists nur einstellen könnte. Das taucht natürlich dann einfach irgendwo auf, wo es einfach niemand gibt. Oh, scheiße. Und ohne Breitenwirkung, also im Prinzip es ist verfügbar gemacht für die Leute, die aktiv den Namen selbst in die Suchmaschine eingeben, aber es ist jetzt eigentlich nicht veröffentlicht, wenn man es mal so nimmt. Oh, okay. Das sind ja diese ganzen Feinheiten. Ja, das ist Wahnsinn. Also, das wusste ich nicht. Die Programme sind manchmal so angelegt. Gibt es denn da, Mika, auch so was wie Testaccounts, dass man das mal als Backend mal testen kann und sich da durchfühlen und dass man da sehen kann, was eigentlich möglich ist oder muss ich ja gleich immer... Theoretisch bestimmt schon. Da habe ich bisher noch nicht davon gehört. Aber eigentlich müsste es geben. Es gibt aber auf jeden Fall ein paar die auch zumindest in Berlin Workshops oder so anbieten, mehr oder weniger, so dass man da mit einem von der Firma mal sprechen kann vor Ort und die einem helfen. Und das ist, glaube sowieso, ganz wichtig, immer danach zu gucken, ob der Vertrieb, den man sich da aussucht, auch telefonisch erreichbar ist und ich tatsächlich mit den Leuten sprechen kann vor Ort und ich die Sachen Das ist total old school, Mensch. Bei die Fragen, die tauchen auf jeden Fall auf, wenn du dann in der Maske bist zum Veröffentlichen und wenn du das bei dem Vertrieb zum ersten Mal machst, dann ist es super wichtig, glaube, mit dem, also letztendlich eine andere Person, die das Programm kennt, an der Strippe zu haben, um da zumindest die wichtigsten Sachen zu klären, damit gerade sowas, wie Thorsten gerade meinte, nicht passiert und man da nicht falsch klickt. Ja, okay. Es ist mir sowieso aufgefallen, das ist ja mittlerweile unglaublich, als du hier die Sendung gemacht hast vor ein paar Jahren, da gab es so drei, vier, fünf ähnliche Angebote, mittlerweile habe ich das Gefühl, es sind 20, 30, 40 und alle haben so Kleinigkeiten, immer irgendwo so eine kleine Niedlichkeit drin, bei dem einen kostet es dann auf einmal ganz viel Geld, das Ding wieder rauszuholen oder es gibt Gebühren für irgendwas, da muss man sich ja ganz schön lange mit beschäftigen, es gibt zwar Seiten, die das vergleichen, aber die haben auch nicht immer alle Parameter dabei, du hattest, Mika, einen guten Punkt reingemacht, manchmal möchte man seine Musik ja auch verschenken und gibt es denn da sowas wie Promocodes oder kostenlose Downloads, die ich verschicken kann, was gibt es denn so für Marketing Tools auch? Da habe ich eigentlich ehrlich gesagt nur Bandcamp gefunden, ich weiß nicht ob Torst bei sich dann noch mehr Erfahrungen, also andere Sachen gehört hat, aber was ich gehört habe, geht es nur bei Bandcamp, dass du Promocodes, dass du also zum Verschenken oder für die Presse machen kannst, dass du irgendwie Special-Aktionen machen kannst, dass du wenn du, dass du auch deine Codes verkaufen kannst beim Konzert und dass du auch so Sachen machen kannst, dass du vor dem eigentlichen Release die schon hörbar sind, auch zum Beispiel für die Presse oder so. Da sind die Booty einziehen. das ist alles so richtig und ich habe es auch woanders nicht gefunden. Ich würde jetzt einfach mal ein bisschen provokativ provokant einfach sagen, dass Spotify ist doch umsonst. Oh ja, stimmt. Ach ja, es gibt ja auch Soundcloud. könnte man das hier theoretisch auch machen. Ja, okay, also natürlich ist das Problem bei Soundcloud noch mehr als bei Bandcamp gefühlt für mich, dass der Player auf Smartphones ich finde die nicht so wunderschön. da ist natürlich Spotify und sowas schon einfach anwenderfreundlich. Na gut, aber das ist egal gerade. bei Bandcamp kriegst du je nachdem wie viel du verkauft hast. Ich meine, das ist auch wieder ein Punkt, vielleicht haben das viele nicht mitgekriegt, dass die Tracklänge limitiert ist, wenn du, glaube ich, die ersten Euro noch nicht voll hast auf und da kommt ein Text, der mich persönlich sehr getroffen hat. Da steht irgendwie über fünf Minuten über 15 Minuten irgendwie wir finden es ja schön, dass du deine Drone-Elektro-Sachen oder Ambien-Sachen irgendwo hochladen möchtest, aber du solltest 100 Euro verdienen. Das war wirklich mein erster Titel dort und das ist halt glaube ich auf, ich weiß nicht, das waren ein paar Minuten und meine Tracks sind einfach nur lächerlich lang, also gebe ich ja nur zu und aber nach den ersten 100 Euro Einnahmen kriegst du mehr, ich glaube das ist auch 600 Megabyte aber eingeschränkt, dann muss man, achso, okay, jetzt Bandcamp für kleine Bandcamp-Tipps, wenn, es ist ja auf, okay, stimmt 600 oder sind es 500, da müsste man nachgucken. Man kann als Add-on ja auch zum Beispiel ein Video machen und das ist aber auch wieder eine 200, also kann sein, dass die Zahlen nicht 100% stimmen, aber schaut nach. Diese FLAG-Dateien, die ja unkomprimiert sind, da kann man aber zum Beispiel auch 96, 48 oder irgendeine Kilohertz Zahl, die höher ist, einstellen, als wenn es eine Wave-Datei wäre, die nur bis 600 zugelassen ist. Das heißt, wenn das unkomprimiert das FLAG hochlädt, ist die Datei ja faktisch kleiner, trotzdem die Qualität die gleiche, es anpackt sich offensichtlich auf deren Server ganz normal und es werden dann alle ab dort fort- und tiefer möglichen Abraten angeboten, wenn die Leute es kaufen oder runterladen wollen. Du kannst dir aussuchen, MP3, FLAG, irgendwas, 48, 96 und 44 und diese 600 Megabyte Geschichte für einen Track werden viele nicht mitbekommen, ich sehr wohl, das ist trotzdem, reicht es bei mir meist nicht, aber das, so kann man Bandcamp aushebeln. Die Sache ist, du kriegst auch diese Codes genau zum Verschicken, du kriegst Rabattcodes und so weiter ab einer gewissen Verkaufszahl auch, du kriegst immer nach, aber die ist glaube ich recht niedrig so, dass du kriegst dann nach irgendwie 20 Käufen, jetzt kannst du wieder 100 Stück Rabatt rausgeben oder sowas, ab, ich glaube, das weiß ich nicht, 5000 Euro im Jahr gehen die glaube ich von 15% auf 10% Beteiligung runter. Das könnten jetzt 4, es könnten 6 sein, auf jeden Fall kriegst du da irgendwann eine Nachricht, dass die Prozente, die Beteiligung von Bandcamp geringer ist. Bei Bandcamp ist normalerweise auch der Problem, also ich bin ein großer Bandcamp-Fan, aber ich sag mal, was vielleicht auch ein paar Sachen sind nicht so schön, wenn ein paar Leute raufklicken, die Summe, die man sieht, ist ja die ohne Mehrwertsteuergeschichte, was natürlich auch nett ist, wenn man darüber nachdenkt, du bestimmst den Preis, den du für deine Musik haben möchtest, du kannst zum Beispiel auch 0 oder mehr oder halt, du könntest auch 100 oder mehr eingeben, ist egal, aber trotzdem auch das, was du wirklich haben möchtest. Aber die Mehrwertsteuer, die ja landesspezifisch ist, kommt immer noch drauf, das ist natürlich hier und da, in manchen Ländern ist es ganz normal, in Deutschland ist es ein bisschen unsympathisch, wenn du irgendwo auf 8 Euro raufdrückst und dann steht ja 9 oder 46 beim Checkout. Das kennen wir hier nicht, da sind wir nicht dran gewöhnt. In anderen Ländern ist das ganz normal. Das funktioniert aber ganz gut, auch diese Idee 0 oder mehr Euro, dass da muss man sich selber, also man kann moralisch und damit auseinandersetzen, bei vielen funktioniert das wirklich 0 oder mehr Euro ziemlich gut, dass die Leute vielleicht sogar mehr zahlen, als hättest du 6 Euro oder 8 Euro hingeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das Modell an sich wirklich 100% gut finde, weil mein einzeln Releases, wo ich alleine zuständig bin und auch die komplette Konsequenz trage, kann ich das machen, zum Beispiel bei jetzt Kollaborationsprojekten, wo ich mir einfach nicht traue, einfach von mir aus zu entscheiden, das machen wir einfach für 0 Euro. Das wäre einfach unfair allen Beteiligten gegenüber. Aber trotz alledem ist es eine schöne Sache, den Preis selbst zu machen, man kann Promocodes machen, man kann damit wirklich gut Werbung machen, du kannst auch einstellen, dass die Leute das von ein, ich weiß nicht, limitiert, du kannst dir was sagen, wie oft die Leute es umsonst hören können. Ich weiß gar nicht, wie das abgetastet wird, ob IP oder Cookies oder irgendwas davon, weiß ich nicht, auf jeden Fall kann man die Sachen auch erstmal sowieso umsonst hören, wenn du es denn einstellst und aktivierst, aber das halt auch limitiert, was schön ist, zum Beispiel, ich habe es bei mir, es ist dreimal umsonst anhören und dann kannst du beim vierten Mal entweder nicht oder kaufst du es halt. Aber deine Musik hört man doch sowieso nur einmal, weil es ja so lang ist. Die dauert dann ganz viel. Die neun Stunden, die neun Stunden, Thorsten Quershning. Na, die, naja, also das ist ja der alte Gag, also ich habe ja auch Behind Closed Doors Season 2 sind durch 18 Stunden. Sag ich doch. Ja, also. Wer will denn das zweimal hören? Wann denn? Na, denkt man über den Mischenden nach, der 18 mal 64 Spuren nach Knacksern und Hamm und sowas durchsuchen muss. Och man, das ist doch old school. Mann, du weißt doch, seit diesem Cerveza, diesen Bier, Bierdreck hier, der durch die Welt geht. Darum habe ich die Zeit, Ist die Audioqualität nicht mehr wichtig? Ja, genau. Ach so, aber wegen der Situation. Außer hier im Podcast. Außer im Podcast, genau. Richtig. Na, aber darum habe ich ja die Zeit, so Spuren durchzugehen. Sehr gut. Und ich meine, es hätte auch sein können, dass es keiner kauft oder keiner. Von daher, das war im Prinzip eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für alle Leute. Und, also alle Leute, die halt beteiligt waren. Und einfach, da kommen Leute vorbei. Manche haben sich so gefreut, mal wieder ein Instrument aufzubauen. Also, das war wirklich ganz lustig. Ja, da habe ich auch gesehen, dass der Herr Schiller, und da gebe ich einen bekannten Mastering Engineer aus Berlin recht. Thorsten, du könntest das doch auch alles mit so einem Akai-Mini-MKP-Keyboard und einem Logic machen. Also, dieses kleine Arturia finde ich erstaunlich. Den habe ich mir auch, ich hatte ja mit Christopher ein paar Sachen. Weil er hatte ja nur das kleine Ding da am Start, glaube ich. habe ich eben gesehen. Auf der Bühne hat er schon noch ein paar Profits und ein paar Klavier-Sachen. Aber nur die Gehäuse, habe ich gehört. Die sollen ja in hohe sein. Nee, nee, nee. Also, wir haben jetzt ein paar Mal gespielt. Ich habe ja dreimal während der Geschichte gespielt. In Autokinos. Ja, geil. Nee, nee. Das ist eine ganze Menge da. Und auch, okay, dazu in einer, ich lade mich mal für die nächsten Male ein. Lade dich bitte ein. Ja, dieses Modal-Argon, von 8 oder sowas. Das hat er als Keyboard-Variante, ich habe das Rec-Variante. Das ist erstaunlich dafür, dass es irgendwie 600 Euro kostet oder so. Das war auch dabei. Nee, das Ding schon okay. Nee, aber ich meine, schaut mal rein. Ja, unbedingt. Kauft das. Lustig ist wirklich auch der Satoshi, der wirklich viele Sachen dabei hatte. Ich glaube, das ist nicht gut oder schlecht bewertet, aber er hatte alleine wirklich einen kompletten Fahr, so eine Art Fahrplan für die Session. Also, das ist so ein bisschen, so ein bisschen albern. Ich hasse Tanzen, aber die Idee ist, wenn man es als Tanz sieht, war es eine wenigen, die wirklich fast durchgehend führen wollten. Das war aber gut, war nett zu sehen. Ich meine, normalerweise, aufgrund der Sync-Situation und so und Anzahl von Spuren, ist es manchmal auch anders. Aber der Satoshi hat mich wirklich auch so, also gemerkt, das habe ich vor, das ziehe ich durch und waren gute Sachen. Ganz, ganz, ganz toller Mann. Jetzt ist mir nur ein bisschen aufgefallen, Thorsten, der Krux bei solchen Aktionen, du hast das super produziert, super aufbereitet, tolle Leute am Start. Aber wie ist denn das so mit der Werbung und mit dem Erlös? Also, ich stelle mir das gar nicht so trivial vor, gerade in der Zeit, wo ja unglaublich viele kostenlose Livestreams und Downloads unterwegs sind. Es ist ja eine Schwämme am Stream, ich nenne das den Content-Tsunami, der auf uns niederplatzt irgendwie. Frage ist, wie war denn das jetzt monetär? Hast du Werbung, hast du Geld, hattest du ein Marketing-Budget? Hast du gesagt, ich gebe jetzt irgendwie pro Stream 500 Euro Werbung und dann hast du wie viel verdient? Nee, ich hatte drei Streams beworben mit Facebook-Werbung. Sonst halt mit meinen eigenen Reichweiten. Dann hatten wir noch Glück, dass wir mit Restream Plattenfirmen dabei hatten, die Artist-Accounts der Leute. Radio Hannover hat viel gemacht. Sehr gut. Syntopia, auch der Tom Wies hat ja tolle Sachen, also einfach viel, viel restreamt. Also wir können halt auf verschiedenen Plattformen zeitgleich auf Accounts streamen. Das hat alles schon ganz gut funktioniert. Dadurch, dass die Gäste schon auch jeder für sich eine Reichweite hatten und teilweise auch wenig Überschneidungen untereinander, hat das halbwegs funktioniert. jetzt die Sache mit umsonst oder nicht. Ich meine, wir überziehen gerade, aber das ist wahrscheinlich, wenn ich damit fertig bin, mit dem jetzt startenden Monolog. Streaming von zu Hause. Ich habe mir das angeguckt. Ich habe ja auch ein bisschen was mit dem Bruno Krammer gemacht und jetzt streamen wir im Prinzip ja auch jeder von zu Hause. Die Sache ist aber, meine künstlerische Darbietung ist die Geschichte und das trifft, glaube ich, jetzt also auf uns gerade auch zu. Man muss in irgendeiner Form sehr, sehr echt und in sich authentisch sein und nicht von der großen Show abhängig sein. Dann könntest du es überleben, rein künstlerisch und in der Außenwirkung von zu Hause zu streamen. Jetzt, ich meine, vielleicht gab es ja andere Beispiele und natürlich auch die Sache, wenn du wohnst, so wohnst wie Elton John und in einem Akropolis-esken Wohnzimmer mit einem leuchtenden weißen Flügel da sitzt, ist das okay. Aber die meisten haben halt ein anderes Wohnzimmer und ich habe da zum Teil Streams gesehen, die dann doch eine recht entzaubernde Wirkung hatten, wenn die Leute auf der Bühne eine bowieske Figur präsentieren. Also wer sich groß, bunt, versatil, mannigfaltig, als der große Global Player mit fünf gerne, möchte gerne Tänzern um sich herum und Blinkelichtern auf die Bühne stellt und da großartig funktioniert, funktioniert vielleicht nicht mit Jogginghose auf der Couch. Ja, das ist so cool. Und das funktioniert, also da musst du sehr bei dir sein und das verkörpern, was du eigentlich auch zu Hause bist. Das ist aber vielleicht bei vielen nicht so. Dennoch fand die Idee von zu Hause das nicht so, also fand ich in sich trotzdem nicht stimmig. Darum wollte ich eine Art Konzertsaal haben und wir haben uns aber aus gutem Grund vor die Bühne gestellt und nicht auf die Bühne. Wir haben immer in jedem Bild eine leere Bühne hinter uns. Sehr gut. Und das ist auch ein Statement im Prinzip und aber wirklich überlegt, also wirklich nicht in den Partykeller vom Vater gehen und die Konrad-Elektronix-3er mit eingebauten Mikrofonen drei Farben Licht-Ori anschalten. Dann mach's lieber nicht. Alles klar. Es gab aber auch gute Beispiele, also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Robert Fripp und Toya haben da mal so ein paar Ständchen gegeben. Das war eigentlich ganz großartig. Einmal die Woche. Einmal die Woche. Das musste ich halt auch trauen. Also ich meine, jeder andere im Proc, also jeder andere ist natürlich eine Lüge, aber die meisten anderen, die halt auf diesem instrumentalen Level und Ernsthaftigkeit agieren, würden sich das niemals im Leben trauen, irgendwie auf einem Stofftier-Einhorn durchs Bild zu reiten und das ist keine Metapher. Sie sind auf einem Stofftier-Einhorn durchs Bild geritten. Ja, aber die Musik war auch gut. Also der kann ja spielen, das ist ja asozial der Typ. Also viele waren ja auch wirklich, haben ja funktioniert. Das muss man ja sagen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also von der Idee her so eine Lena Meier-Landroth. Ich bin, also ich kann das, eigentlich bin ich in einer Situation, wo ich mir über diese Art Musik keine Gedanken mache. Trotzdem glaube ich, dass die Live-Roth funktionieren mit ihrer Art. Mit Melodyne im Vocal-Bus. Ja, aber das ist halt zu Hause nicht. Ich meine, eine Lady Gaga, im weißen T-Shirt funktioniert nicht. Das sind halt Kunstfiguren. Und das, von daher, aber schön, was ohne, ohne Blinkelicht von der leeren Bühne fand ich in sich stimmig. Und, also wir machen das ganz sozial und wir teilen die Sachen immer durch drei. Ich sage, wie es ist. Ein Drittel Filmcrew, ein Drittel Gast, ein Drittel ich. dafür zahlt aber Filmcrew und ich, die Miete und alles drum und dran. Und auch im Transport, zum Beispiel das Taxi, dorthin oder so. Damit das, also das ist so alberne Sachen, wenn da geht es um 17 Euro oder so. Aber ich finde, damit es fair ist und wir alle in der Musikgeschichte haben genug Gegenbeispiele in unserem Leben, wo man sich über kleine Sachen ärgert, kleine Sachen staunen sich auf und werden zu irgendwie einem bösen Blick im falschen Moment. und von daher selbst die Sache so, was hat dein Taxi gekostet, ich nehme es erstmal, ich bezahle das erstmal und danach teilen wir uns alles durch drei, damit keiner irgendwie ein blödes Gefühl hat. Okay, aber es gab auch ausreichend was zu teilen dann doch. Ein bisschen gelohnt hat es sich. Je nachdem. Das war, hat sich wirklich variiert, je nachdem, wer streamte. Es war jetzt, als Beispiel, ich glaube, es entspricht einem Konzert in der 8mm, Wunderbar, so was rauskam pro Person. Nicht Volksbühne, aber ein normaler kleiner Club-Gig in Berlin war, glaube ich, in Ordnung. Achso, okay. Ja, ja, ja. Was in Ordnung ist. Ich meine, für zwei Stunden oder so ist das okay. Ich glaube, damit bist du auch in der Minderheit, weil das, was du machst, relativ gut in dem Kontext auch funktioniert. und es gab ja relativ viele Initiativen von so Live-Streaming und du hast es ja selber schon gesagt, die meisten Leute oder nicht die meisten, aber ziemlich viele Musikerinnen funktionieren in so einem Stream plötzlich nicht mehr, die vorher bei so einer Live-Show morgens um drei oder so wahnsinnig gut funktionieren, wenn der Laden am Kochen ist. Absolut, ja. Und viele von diesen Initiativen, dieses Streaming jetzt anzufangen, sind ja auch schon wieder eingestellt worden, einfach weil diese Dauer-Streams und ich habe auch was ganz Schreckliches gefunden gerade hier bei mir. Einen Tipp habe ich noch oder einen bösen Blick in irgendeine Richtung. Auch mit der Werbung, übertreib das nicht mit der Werbung. Ich hatte ein Streaming-Konzert gesehen, auch eine Serie, die hatten lächerlich viele Klicks. Und das wollte ich jetzt sagen, jetzt nicht böse oder so, aber die haben das irgendwie Push-Nachrichten als Werbung benutzt. Die hatten halt also irgendwie in kürzester Zeit 17.000, 20.000 Klicks und 7 Likes. Oh, das ist sehr gefährlich. Damit tut euch halt keinen Gefallen. Damit tut euch gar keinen Gefallen. Weil die Relation schreckt dann am Ende eher wieder ab. Also lieber alles so klein halten und jetzt, ich erzähle ja zu viel, wir hätten auch überlegt, ob man expandieren oder das alles größer machen, viel mehr Geld reinstecken. Ich glaube, wir haben in unseren Möglichkeiten 70 bis 80 Prozent der Möglichkeiten ausgeschöpft. Da muss man ganz realistisch sein. Ich glaube, die letzten 20 Prozent kosten durch Werbung wahrscheinlich 10.000 Euro, aber glaubt mir, die 20 Prozent sind alles all das andere als 10.000 Euro wert. Okay, ich meine, man muss das ja auch immer, das Problem ist ja auch, das muss ja auch skalieren. Du kannst ja nicht sagen, nur weil ich jetzt irgendwie, was für 100 Euro Facebook-Werbung vielleicht ganz gut funktioniert, kann schon bei 1.000 nicht mehr so funktionieren. Ich habe das ja bei meinem eigenen Film gemerkt. Ich habe ja versucht, den auch ein bisschen selber zu promoten über Facebook-Werbung. Tribute heißt der, gibt es bei Amazon Prime. Tribute eingeben und dahinter am besten gleich Stahlzeit. Das ist die definitive, ultimative Reportage über das Leben von Live-Musikern in Deutschland 2019, die Anderloids Stücke spielen. Das ist die Tribute- und Cover-Szene und das ist jetzt ja wahrscheinlich ein richtiges Zeitdokument geworden, weil ja die Szene im Moment gerade am Arsch ist, sozusagen. Und dann habe ich auch noch gesehen, das hat mich auch ein bisschen schockiert, den einzigen Song, den ich von mir bei iTunes gefunden habe, Be My Toy mit Lara Pulsar. Da habe ich mal eingegeben, zugehörig, da kommen hier die Bravo-Hits. Summer Hits. Na bitte. Ja, ist doch geil, oder? Kann ich doch Hoffnung haben, oder? Also Hinten-Material war da. Geil, oder? Das ist doch hervorragend hier. Ja, zugehörig. Da, da, zugehörig. Ich finde die Kuh mega. Wirklich. Ja, hier der, ne? La Brassbanda und Danzen. Ob ich danzen, das ist schon, muss man sich mal trauen auch. Danzen. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt sozusagen schon am Auschecken seid, weil eigentlich würde ich noch auf ein Thema oder beziehungsweise einen Aspekt auf jeden Fall noch kommen wollen, beziehungsweise eigentlich, eigentlich auf zwei. Die hängen miteinander zusammen und die schließen auch an Liste jetzt nochmal an. und das ist ja die, also der erste ist zumindest für non-Eric wahrscheinlich auch nochmal ganz interessant, nämlich YouTube und Content-Indie. Wir haben ja bisher nur über zwei Arten des Geldverdienens mit Musik gesprochen, also wenn man das selber vermarktet oder vermarkten lässt oder verkaufen lässt oder so, haben wir ja bisher nur den, 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 den Direktverkauf und das Streaming gesprochen und es gibt aber natürlich noch andere Wege, unter anderem eben, Content, also sich eine Content-ID geben lassen für YouTube, um darüber indirekt sich vermarkten zu lassen. Non-Eric, warum willst du das unbedingt haben? Na, es gibt ja dieses tolle 90er-Jahre-Label Lunatec, auf dem habe ich, weiß ich nicht, wie viele, 90, 80, Tracks oder 100 Schallplatten veröffentlicht, CDs rausgebracht und, und, und. Alle Songs sind irgendwo von irgendjemandem mal auf YouTube eingestellt worden und ich würde da gerne jetzt was abhaben, ne, von der Werbekohle, falls da Werbekohle vorgeschaltet ist und da gibt es dann die Möglichkeit, auch über den einen oder anderen Aggregator eben die Monetarisierung über das Content-ID an den Start zu bringen. Ich habe mich bei YouTube gemeldet und habe gesagt, hey Leute, ich möchte gerne meine Tracks gerne ins Content-ID eingestellt bekommen, um die dann auch monetarisieren zu können und da haben die gesagt, nö, machen wir mit dir nicht, du bist ein kleines Licht, such dir eine Firma, die das für dich macht. Das ist so der aktuelle Status da. Wow. Ja, das funktioniert ganz gut. Ich hätte jetzt eine Frage. Die Person, die ist hochloot. Also normalerweise ist ja, die Content-ID ist ja so, die Leute haben dann drei Möglichkeiten. Entweder müssen sie es löschen, werden verklagt oder in irgendeiner Form. Und werden gesperrt, genau. Die Werbeeinnahmen, die dadurch generiert werden, auf dein Konto übertragen zu lassen oder auf das Konto deines dafür zuständigen sich kümmernden. Die Sache ist, habe ich gerade drüber nachgedacht, die Werbeeinblendungen sind ja nur möglich, wenn du über 1000 Abonnenten hast. Wenn jetzt irgendein Typ deine Sachen hochlädt, eine Million Klicks hat, aber aus irgendwelchen Gründen keine Abonnenten, wäre es eigentlich gar nicht möglich, dass da Werbung läuft. Oder wie ist das eigentlich? Oh, das ist eine gute Frage. Eine gute Frage, ja. Keine Ahnung. jetzt stets du dir vor, das weißt doch YouTube selber nicht mehr. Also, habe ich bisher keine Gedanken um gemacht, aber es müsste ja so sein. Erst ab 1000 Leute kann man halt Werbung schalten, so wie ich es verstanden habe. Ja, aber ich glaube, da geht es um Geld. Dann geht es schon. Ja, ja, dann geht es schon, genau. Okay, Jungs. Was war dein zweites jetzt? Wie kam er eine Sache? Zweite, dritte hat er, zweite Sache hat es nur. Genau. Und zwar, und da habe ich nur einen Anbieter gefunden, der das macht, vielleicht machen es mehrere, und zwar ist CD Baby, glaube ich, dass die auch für Facebook und Instagram lizenzieren, also nicht bloß für YouTube. auch das Checken auch, oder was? Ja, echt? Macht so den Eindruck, ich kenne, also ich wusste jetzt nicht, auf die Schnelle, wen ich da fragen könnte, der oder die, das von innen heraus weiß, aber ich glaube, da müsste eigentlich ganz schön viel Geld liegen, und das könnte eigentlich ganz interessant sein. Das ist vielleicht nochmal eine Sache, da fragen wir doch vielleicht mal einfach mal die Zuschauer, ob, wenn einer von euch da Infos hat, zu diesem Thema gerade, Facebook-Streams monetarisieren, wo deine Musik läuft, dann bitte melden. Das ist wahrscheinlich auch, wenn die Datenbank, die Datenbank, die die Musik zur Verfügung stellt, wenn man eine Story macht, ne? Das ist wahrscheinlich natürlich auch relevant, bei Instagram-Stories, wenn du dieses, auf Musik gehst, ja auch die Auswahl relevant, und das ist natürlich auch, ist ja schon eine Werbung auch, also natürlich ist es also nicht schon, das ist halt eine relevante, auch relevante Werbung, wenn man dort eine Musik findet. Ah, okay, alles klar. Na gut, da gibt es ja eigentlich noch eine ganze Menge an Themen für eine zweite Sendung. Ich würde auch sagen, dass wir jetzt zum Ende kommen sollten und einfach auch mal unsere Zuhörer und Zuschauer fragen, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Vielleicht könnt ihr auch mal schreiben, mit welchem Aggregator oder der Anbieter ihr entsprechende Erfahrungen, positive oder auch negative, gemacht hat und schreibt vielleicht auch noch ein paar Fragen hier an die Runde, die wir dann eventuell in einem der nächsten Sendungen beantworten wollen. Oder? Ja. Ja, gerne. Ja, ja, ja. Ja. Ich würde auch sagen, ja. Ja, ja, ja. Und tschüss. Wunderbar. Danke fürs Zuhören, Zuschauen und vor allem an Thorsten und an Mika fürs Mitmachen. Ich hoffe, es war eine informative Sendung. Es gibt 1600 Videos von mir auf YouTube. Die könnt ihr liken und abonnieren. Und tschüss. Danke fürs Zuhören. Dann ist gut. sündig. Das ist gut. Auf Wiedersehen. Anfänger.